Und hier ist er wieder, der Gideon-Gi. 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 von dir! Du kannst nicht. Wir sind noch immer verbunden zu dir. Du kannst nicht beide frei uns, und frei dich selbst von der Kurs. Die Moon Maiden braucht dich mehr als sie braucht uns. Du bist der Zukunft. Du musst zurück in die Földe. Wir sind der Vergangenheit. Und unsere Aufgabe ist fast fertig. Elegant gesagt. Der Gedanke ist gut. Der Gedanke ist gut für seine Zeit hier. Das Gleiche kann nicht sein für deine Mutter. Such ein Brief. Fragile Leben die Menschen führen. Das ist meine letzte Lehre. Ich lasse dich jetzt, um auf deine Fehler zu machen, und um deine Wahl zu machen. Schaar's sprachen Worten machte dein Gehirn. Es gibt keine Lehre zu lernen. Es gibt nur eine Familie. Eine Sprechung der Gäste. Und eine Unspeakable Wahl zu machen. Sie ist weg. Ich verstehe nicht. Schaar wird niemals überrascht. Nicht bis sie hat eine letzte Sache von dir. Wir können nicht deine Zukunft sein. Nicht nachdem, deine Mutter und ich sie haben durften, um dich wieder zu sehen. Deine Freundin versteht, ich denke. Hilf sie, bitte. Hilf sie, sie sehen, was gemacht wird. Redet mit eurer Mutter und eurem Vater und seht, was sie wollen. Ich bin... Ich bin sorry. Ich wusste nicht, dass dies etwas passiert ist, bis es zu lange ist. Ich habe versucht, die Dinge richtig zu machen. Und du hast. Du hast uns gefunden. All diese Jahre, dieser Traum, die uns zu gehen, dass du freiwillig wäre. Keine Ahnung, was sie uns gemacht haben. Wir wussten, dass du noch da bist. Ich wusste, die Dark Woods, nicht zu gefährden. Ich wusste, dass du immer so wunderschön bist. Sie war, und immer ist. Du hast uns geschaut. Jetzt, sich selbst. Du wirst aus dem Schaasen, und wir werden in Frieden. Ich habe nur noch einmal gefunden, nach all diesem Zeitpunkt. Ich kann nicht wieder verlieren. Wir werden noch mit dir. Bei der Moonmaidensgräße wird sie nie weit entfernt. Bitte, Jennifer. Ihr solltet ihrem Leid ein Ende bereiten und eurem. Ist das wirklich, was ihr wollt? Es ist, was wir brauchen. Alle von uns. Du warst, du warst, du warst, für Seluna's faithful, aber sie haben dich von uns. Jetzt, das kann sein. Und wir, können wir resten. Help uns, Jan. Ich kann weggehen. Jetzt, ich habe wieder gesehen, dass ich dein Gesicht gesehen habe. Auf Wiedersehen? Nicht auf Wiedersehen. Nicht aufhören. Nicht aufhören. Oh, ich kann weggehen. Nein. Ich kann weggehen. Ich kann weggehen. Ich kann weggehen. ich bin weg gegen denemen. und geben die Menschen in die Hilfe. Meine Eltern sind auf mich. Wir gehen hier. Es gibt nichts mehr für mich. Ich weiß nicht mehr, wo die Haus ist. Aber es ist nicht hier. Meine Eltern. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie mit ihnen gesprochen. Und sie hat sie weg. Es ist... Es ist mehr, was ich in gerade jetzt kann. Gib mir eine Nacht. Ich versuche, um mich zusammen zu machen. Tja, wie viel wiegt denn diese scheiß Armbrust? Ist ja verrückt, Alter. Ist ja verrückt, Alter. Ich habe sie selber. Ich gehe. Ich bin selber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du kannst nicht einen Schatten ohne irgendwelche Licht. Ich bin so gespannt, wie sie im bösen Blade Runner sein wird, falls sie bei uns bleibt. Ich meine, wir machen ja wirklich das Allerschlimmste und ich habe ein bisschen Angst abgeschoben. Das bedeutet natürlich auch, Will geht wahrscheinlich, Halston, wir müssen Kalach aufs Weg gehen oder töten. Das will ich absolut eigentlich nicht. Gail wird wahrscheinlich auch nicht bleiben. Eigentlich wird fast so gut wie niemand bleiben. Ich bin sehr froh, dass sie ihre Eltern kennen, oder was sie suffered, aber ich weiß, dass sie stolz waren, in der Ende. Als du möchtest. Ich bin so glücklich, Shadowheart's ordeal ist vorbei. Ich bin so glücklich, dass sie mit all diesen, aber jetzt, sie kann beginnen. Free of Shah. Oh. Talk straight, are you real just looking? We are going all right. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Ich kann es erklären! Du hast recht viel gemacht, Volopham Gadam. Du hast die sehr Hör und Geheimen von diesen guten, kind, gentlichen Mitgliedern mit deinen Lügen. Deine Delüten, deine Konzepte. Ahem. This man is infected. Let the hells follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today we rise in truth! Psst! Don't you stand there? Help me, godsdammit! Help me! Of course, we will save you, Volo. I think this mob has made the rather silly mistake of taking you seriously. What's this? Another heretic in our midst? Another mind, clouded by the disruptors lies? Another soul to cleanse? Well, we are nothing if not gracious. Let us see if we cannot lift the veil from their eyes, too. What is this?! Love you! You do! Please! No! Please! No! Please! No! Natürlich. I don't know. 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 I know. I don't 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 know.